So, da sind wir wieder mit einem kleinen Easter Egg und zwar im Tower der Guardians. Hier auf diesen paar Kisten direkt mit dem Bounty Board hat man so einen kleinen, na eher den größeren Ball. Und damit kann man dann in der Gegend spielen. Man kann auch was ganz anderes versuchen, das zeige ich jetzt hier schnell. Wenn man das hier oben darauf kickt, dann hat man da auf diesem Dach einen Ventilator und dann kann man einen kleinen Trick machen. Wir laufen hier hoch und haben hier einen geheimen Schalter und können den Ventilator aktivieren. Das funktioniert übrigens nicht nur mit Bällen, sondern auch mit anderen Personen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.